Also ich bin der Mario, ich mache die Lehre als Logistiker bei Emil Frey am Standort Schaffenwil. Also in unsere fünf Bereiche im Emil Frey gibt es Wareeingang, Kleinteilager, Hochregallager, Retouren und Warenausgang. Was wir alles können in der Logistik, also zum Logistiker werden, ist Flexibilität, Austausch und Teamfähigkeit. Da müssen wir richtig gut sein. Was wir in der Logistik nicht machen sollen, ist auf dem Rolli fahren, als wäre das einfach ein Trottinett. Das ist bei uns ganz verboten. Wieso ich da gerne arbeiten komme, ist wegen dem Mitarbeiter und auch wegen der Arbeit selber. Das gefällt mir so richtig. Weil ich Autos liebe, habe ich für Emil Frey entschieden. Das erste Wort, was man jetzt kennt, ist geil. Ich freue mich. ich freue mich mit dir!